Sie ist Model, Moderatorin, Schauspielerin und jetzt auch noch Spielerfrau. Alena Gerber lebt ein ganz schön hektisches Leben. Und das zwingt sie von Job zu Job zu ziehen. Zur Zeit scheint sich sehr viel für die 26-Jährige zu verändern. Seit einigen Monaten sind das Model und der Fußballspieler Clemens Fritz nun ein Paar. Wie es für die beiden ist, erfolgreich im Leben zu stehen und trotzdem füreinander da zu sein, erfährt Bunte.de im exklusiven Interview beim Felix Burda Award 2016. Ja, es ist belastend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es auch nur naheliegend. Wir sind zwar junge Menschen, wir stehen voll im Berufsleben und ich könnte keinen Partner haben, der mir sagt, meine Bedingung ist, dass du beruflich zurückschraubst. Ich mache das schon selber, aber wenn Clemens mich nicht unterstützen würde in dem, was ich tue, dann wäre er, glaube ich, nicht der Richtige. Und er macht das nicht. Es geht alles spielerisch. Wir haben selber das Bedürfnis, viel miteinander zu sein und dann pendelt sich schon alles ein und wir können auch jetzt mal zwei, drei Wochen, wie es jetzt aktuell der Fall ist, mal nicht miteinander sein und freuen uns dann eben umso mehr, wenn wir wieder beieinander sind. Und in jedem freien Tag bin ich schon in Bremen. Das ist also das Erfolgsrezept des schönen Paares. Viel Verständnis verlangt ihnen die Beziehung aber dennoch ab. Immerhin sind die beiden aus beruflichen Gründen ständig unterwegs. Er als Fußballkapitän von Werder Bremen, sie als gefragtes It-Girl und Model. Doch die Prioritäten scheinen sich langsam aber sicher zu verschieben. Wir sind wirklich sehr, sehr, sehr happy. Und was ich gerade gesagt habe, ich kenne mich selbst nur mit Priorität Arbeit, Arbeit, Arbeit. Andere Dinge hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm und ganz viel später kam mein Privatleben. Und mit ihm hat sich das echt alles verschoben. Ja, ich wusste nicht, dass es geht. Das ist wirklich schön. Es fühlt sich echt gut an. Und das sieht man Alena auch wirklich an. Und vielleicht kombiniert das Paar zukünftig berufliches und privates einfach etwas mehr. Wir würden uns beim nächsten Mal jedenfalls über einen gemeinsamen Auftritt mit Clemens mehr als freuen.